Hoi Leute, was geht? Herzlich Willkommen auf meinem Kanal zurück. Heute ist der 11.10. und ihr seht dieses Video am 12.10. Was bedeutet, in 14 Tagen oder 13 oder 12, in weniger als 2 Wochen ist Black Ops 6 da. Und ich kann euch nur eins sagen, als Hardcore-Tarkov-Gamer, der den schlechtesten Tarkov-Vibe aller Zeiten gerade spielt und absolut die Schnauze voll hat, kann Black Ops 6 nicht schnell genug kommen. Wir kriegen dieses Jahr noch Delta Ops, worauf ich mich super, super freue. Und für alle, die jetzt wieder fragen, ich habe schon so oft gesagt, dieses Jahr, letztes Quartal, Delta Ops kommt für PC. Irgendwann November, Dezember, da fängt jetzt der letzte Playtest an, am 14. für eine Woche. Den könnt ihr ohne Controller-Support auf dem PC alle eine Woche spielen umsonst. Und dann im ersten Quartal, 25 Januar bis März irgendwann, kommt Delta Ops auch mit Controller-Support für die Konsolen. Dazu, Stalker soll irgendwann dieses Jahr angeblich noch kommen, aber das, was am meisten scheint, ist einfach Black Ops 6. Und Black Ops 6 hat verschiedene Features, die viele von euch, plus ich ehrlich gesagt, wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm haben. Und diese Features wollen wir einmal kurz besprechen, damit wir alle in weniger als 14 Tagen auch komplett Gas geben können. Eines der geilsten Features, was dafür gesorgt hat, dass ich damals auf YouTube tatsächlich sogar so einen Kickstart mitbekommen habe, ist das Cinema Feature. Wir kriegen unser Kino-Modus wieder. Etwas, was schon so lange wieder nicht dabei ist. Und damals hat es dafür gesorgt, dass, vielleicht erinnern sich sogar welche, Haptic in Lobbys reingegangen ist und dann eben Stats geguckt hat und dann von Spielern deren Gameplays im Nachgang angesehen hat. Und das ist etwas, was dann viele andere YouTuber später für normale Zuschauer gemacht haben. Und das war cooler Content auf YouTube. Jeder wusste, wenn er irgendwie Call of Duty Multiplayer-Runden spielt, es kann sein, dass man sich deren Runden anguckt, man kann im Kino-Modus seine eigenen Runden angucken. Manche Leute haben dadurch angefangen, ihre eigenen Gameplays zu schneiden. Leider war der Kino-Modus dann später so hart verbuggt in Cold War, dass sich gar keiner mehr daran erinnert, dass es einen gab. Aber es ist so, Cold War hatte einen Kino-Modus. Der war aber wirklich so unfassbar schlecht, dass man das irgendwann einfach gesagt hat, man nutzt es nicht mehr. Der Kino-Modus kommt wieder. Ich hoffe inständig darauf, dass der gut funktioniert. Weil zum einen ist es geil, man kann sich Runden von anderen Leuten angucken. Man kann als Streamer und Content-Creator sich die Runden von irgendwelchen Teammates angucken. Man kann seine eigenen Sachen nochmal angucken, wenn man es jetzt nicht eh gerade im Livestream sowieso aufnimmt oder Sonstiges. Man kann auf Zuschauer reagieren, man kann Leuten sagen, gebt mir eure Gamer-Tags, ich gucke mir eure Gameplays an. Kino-Modus ist etwas mega Geiles, was ich persönlich in eigentlich jedem COD mir wünschen würde. Aber wenn ich mich so richtig daran erinnere, haben wir es glaube ich bisher immer nur in Treyarch-CODs gehabt. Vielleicht irgendwann mal in einem anderen, wenn ja, müsst ihr mir das mal reinschreiben. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Wir kriegen eine Firing-Range und die Firing-Range ist an und für sich, also erstmal kriegen wir es als Karte, das wurde schon bestätigt. Was ich cool finde, weil gute Treyarch-Maps nehme ich gerne, egal ob wir sie schon einmal, fünfmal oder 500mal hatten. Aber um Waffen und Scopes vor allen Dingen zu testen, habe ich immer wenig Nerv drauf, in die Runde reinzugehen, Scope drauf zu machen. Stell ich fest, Scope sieht scheiße aus oder kann dich geil durchgucken. Dann muss ich in der Multiplayer-Runde wieder das Scope ändern, dann sieht es immer noch scheiße aus. Geiler ist, bevor die Runde losgeht, in die Firing-Range, Scope drauf, sieht scheiße aus, nächstes Scope, das sieht gut aus, ab in die Runde. Das heißt, eine Firing-Range wird kommen. Ich hoffe, dass es eine vernünftige wird, denn man muss es ganz ehrlich sagen, die letzten Jahre, das, was wir als Firing-Range bekommen haben, war teilweise so unfassbar schlecht und diese Schießstände waren so unfassbar Minimum von dem, was man erwarten kann, dass man nach mehr als drei Jahren, ich glaube sogar vier Jahren Black-Ops-Entwicklung durchaus erwarten darf, dass es dieses Jahr besser aussieht und funktioniert. Etwas, was viele Jahre immer so ein Mythos war in Call of Duty, was aber auch jeder versucht hat zu holen, sind die Reticals. Das heißt, die Visiere im Visier, also Blaupunkt, Rotpunkt, Schwarz, Grün. Da gab es sogar teilweise richtige Challenges, die man eben im Multiplayer früher machen musste, damit man zum Beispiel anstatt eines Rotpunkt-Visieres ein Blaupunkt-Visier freischalten kann. Und da gab es dann immer diese Mythen, da haben einige gesagt, ja Blaupunkt, dadurch siehst du den Gegner besser und andere haben gesagt, du hast mehr Aim-Assist und all solche Sachen. Tatsache ist aber, es wird dieses Jahr so sein, dass wir verschiedenste Visier-Varianten freischalten können across the modes. Das heißt, wenn ihr in Zombies ein geiles Blaupunkt-Visier seht mit einer Challenge, könnt ihr es dort erspielen und könnt es im Multiplayer dann nutzen. Genauso wird eben die Cross-Connection sein zwischen Zombie-Multiplayer-Warzone in so einem Dreieck. Freue ich mich persönlich sehr darauf, weil das immer Challenges waren und Herausforderungen, die man machen konnte in Call of Duty, die einen dann ein bisschen beschäftigt haben und Spaß gemacht haben. Und ehrlich gesagt, Multiplayer ist ja mittlerweile nichts anderes mehr als Tarnung machen. Mehr ist da nicht mehr. Man spielt nicht mehr auf Gameplays. Das gibt es nicht mehr. Es interessiert keinen mehr. Es geht mit SBMM auch nicht mehr, ohne dass man völlig wahnsinnig wird. Und deswegen sind solche Sachen, die zusätzlich kommen, meiner Meinung nach immer sinnvoll. Eine der coolsten Sachen, die dieses Jahr neu kommt, die wir, die vielleicht nicht ganz neu ist, aber die wir in MW-Teilen und Sledgehammer-Teilen einfach nie haben, sind die Dark-Ops-Challenges. Und für die, die jetzt vielleicht das letzte Treyarch-COD vielleicht noch nicht mal gespielt haben, weil sie so lange noch nicht dabei sind, Treyarch hat immer versteckte Medaillen, die man erspielen kann und Visitenkarten, ohne dass man vorher weiß, wofür. Und beim letzten COD war es eben so, dass die ganzen Dark-Ops-Challenges daraus bestanden, dass man zum Beispiel ein RCXD-Car mit so einem Tomahawk treffen musste in einer Multiplayer-Runde. Oder dass man eine Nuke macht. Das war eine Dark-Ops-Challenge. Ich glaube, eine Brutal war sogar auch schon. Dann gab es eine Abschussserie, die man machen musste. Also acht Spieler in kurzer Zeit killen. Acht oder mehr, ohne zu sterben währenddessen. Und dann gab es dafür eine neue Medaille. Das heißt, es gibt verschiedenste Dark-Ops-Challenges, die dieses Jahr wiederkommen. Das hat Matt Scrons schon bestätigt. Ist ja mittlerweile, nachdem David Fondahaar bei Treyarch gegangen ist, der Lead Senior Designer irgendwas. Das heißt, all diese Dark-Ops-Challenges, die wir früher hatten, kommen jetzt wieder. Vielleicht kommen auch neue dazu. Das wissen wir jetzt natürlich noch nicht. Wird aber etwas sein, worauf ich zu 100% gehe, weil es einfach Spaß macht, wenn man dann seine Anzeige hat und sehen kann, dass man alle Dark-Ops-Challenges komplett im Prinzip erledigt hat, geschafft hat. Und ich persönlich feiere sowas. Und zu guter Letzt, wir haben ja dieses Mal, irgendwie ändert sich es mittlerweile jedes Jahr ein bisschen, ein neues Camo-System. Das letzte von MV3 fand ich persönlich ziemlich gut, um ehrlich zu sein. Ich war absolut nicht gezwungen, eine Milliarde Weitschüsse zu machen. Mit Waffen, die nicht dafür geeignet sind. Auf Karten, die nicht dafür geeignet sind. Im Hardcore-Modus, wo ich dann Leuten, die den Hardcore-Modus halt so spielen, weil sie dann mehr Spaß dran haben, die Runden versau, weil ich mit Dreckswaffen in einer Drecksecke sitze und auf 800 Metern leider Leute töten muss, damit ich für meine eine Waffe meine Tarnung bekomme. Dieses Jahr wird es wieder Richtung Treyarch-System gehen. Was bedeutet, unabhängig von dem Waffenlevel eurer Waffe, könnt ihr die Tarnung anfangen, mit der Voraussetzung, dass ihr vorher Headshots machen müsst. Wie viele Headshots das sein werden, wissen wir natürlich noch nicht. Und auch, ob sich das von Waffe zu Waffe ändert, davon gehe ich jetzt mal aus. Aber es wird Beispiel so sein, ihr habt die MP5 und wollt die ersten Tarnungen erspielen. Ihr braucht 20 Headshots mit der MP5. Das könnt ihr in normalen Runden machen, mit normalem Gameplay. Das ist der große Unterschied. Headshots macht man beim normalen Zocken. Ihr könnt dann natürlich extra auf den Kopf ziehen, ihr könnt auch extra normal weiterspielen. Ihr seid nicht gezwungen zu campen, ihr seid nicht gezwungen in der Ecke zu sitzen, ihr seid nicht gezwungen Hardcore zu spielen. Hardcore macht es natürlich schneller und einfacher, aber Headshots im normalen Modus gehen genauso gut wie in Hardcore. Und wenn ihr diese Headshots dann durch habt, diese 10 oder 5 oder 20 oder 50 oder sonst wie viel, fangt ihr, egal welches Waffenlevel ihr habt, direkt mit den Tarnungen danach an, die ihr dann braucht für die, wie auch immer die letzte Enttarnung heißt und wie auch immer sie aussieht. Ich hoffe, sie heißt geil und ich hoffe, sie sieht geil aus. Während das alles jetzt ganz normale Features ja sind, die wir eigentlich so aus Call of Duties kennen, muss man ja auch sagen, wenn man so die letzten Jahre guckt, vieles davon ist oftmals gar nicht mehr dabei gewesen oder hat nicht richtig funktioniert oder oder. Weshalb ich persönlich mich riesig darüber freue, dass wir jetzt in weniger als zwei Wochen endlich den Kickstart zu dem Ganzen haben. Ich bin sehr gespannt, ob sie aus der Beta noch Infos rausgezogen haben und ich bin auch sehr gespannt, ob es ein Multiplayer wird, den wir alle ein paar Monate spielen oder nur ein paar Wochen oder vielleicht tatsächlich auch nur ein paar Tage, wenn es einfach nicht gut ist. Lasst ein Like da, Leute, lasst ein Abo da und wartet mal auf morgen, das wird euch gefallen, was ihr da seht. Haut rein!